Äh, Ava Media. Nein, nicht Ava. Ava Media. So, jetzt muss ich aber erst mal gucken. Ach so, sieht Cosmic aus? Ja. Erwartet man nicht so schnell. Schuldig. Sieht doch nett aus. Ja, das stimmt. Er sieht auch wirklich nett aus, aber... Ich hab den Ton auch ein bisschen an, dann muss ich da auch was von mithören. Ja, wäre mal super, weil einmal testen. Warte mal, ich mach mal ein bisschen lauter. Ich muss mir mal sagen, ob man die Gitarre extrem hört. Magst du dich hier mal kurz muten? Ja, das stimmt. . . . . . Man hört es, aber es stört nicht, okay. Hört bei mich denn deutlich, ist die Frage. Und hört man die Musik laut genug. Na, Konzentration. Wie gesagt, hört man die Notstärke alles okay, mit mir und der Musik und allem. Wie mich jetzt interessiert, ich ziehe mal. Wie gesagt, es ist kein Problem, sag's ruhig. Achso, ich kann es drüber hören, ist voll lang. Man hört deutlich die Musik. Moment. Musik ist auch in Ordnung, finde ich. Vielleicht nicht nur ein winzig bisschen lauter, aber ganz bisschen. Ganz bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich lauter stellen kann. Das ist... Heide, geht das gar nicht mehr. Ich habe mich auf 100% durch. Mal kurz gucken. Auna. Nein. Kopfhörer. Pegel. 90. 95. So, müsste jetzt eigentlich lauter sein. Noch ein kurzer Test. Ich merke, volle Pulle hatte doch mal alles ein bisschen lauter gleich. Mach mal das Lied fertig und mute dich. Ich mute mich jetzt. Ja, weil ich da bin, ne? Achso, ich muss nur sagen, ich hatte das auch volle Pulle an. Okay. Passt auf vollste Lautstärke. Du solltest dich vielleicht ein bisschen lauter machen und die Musik im Prinzip auch ein bisschen lauter. Ja, ich habe mich jetzt lauter gemacht und ich habe Musik getlaut gemacht. Ihr könnt gerne einmal kurz reinhören, das wäre super nett. Danke. Ja. Wir spielen derzeit weiter. Das ist echt lieb von euch.